Herr Peltracki, Sie gehören zu den bedeutendsten Malern der Gegenwart, haben als Meisterfälscher Geschichte geschrieben und arbeiten gerade in einer Ausstellung zum Thema Engel und Inquisition. Welchen Bezug haben Sie zu Engeln? Ich bin einfach mit Engeln aufgewachsen, weil mein Vater war Kirchenmaler und ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr knapp fünf Jahre immer nachmittags in Kirchen verbracht, bin also unter Engeln aus Gips und Holz und Marmor aufgewachsen und da hat sich schon dann so eine Beziehung entwickelt. Und ich war auch Messdiener, das kam noch dazu. Ja, so hat sich das entwickelt. Ist das nur ein künstlerischer Bezug oder gibt es auch einen persönlichen Bezug? Nein, 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 durchaus. Ich habe jetzt gerade vor Weihnachten zum ersten Advent für die NZZ ein paar Illustrationen gemacht, gerade zum Thema Schutzengeln. Und ich bin auch der Meinung, dass man so was hat. Also ich auf jeden Fall. Sonst säße ich hier nicht mehr. Also ganz sicher. Ich zeichne natürlich Engel manchmal auch so, wie man sich die so vorstellt oder wie man sie sich in der Renaissance vorgestellt hat, durchaus auch so. Obwohl ich natürlich eigentlich nicht der Meinung bin, dass Engel so aussehen. Wirklich. Das ist einfach nur die Vorstellung, die man eben tat im kunsthistorischen Bewusstsein. Und die gebe ich halt wieder. Gibt es eine andere Vorstellung? Ja, es gibt auf jeden Fall die Vorstellung, dass er nicht unbedingt so schön sein muss oder so nett ist, wie wir immer glauben. Ich glaube sowieso, dass die Vorstellung, dass der Engel diese Nähe zu uns hat, dass die sowieso falsch ist. Ich glaube, wir kommen am Rande vielleicht vor. Also wir sind nicht so interessant. Wir sind beiläufig. So wie ein Huhn. Wenn man einen Huhn sieht und das Huhn uns sieht und wir füttern das Huhn, dann denkt das Huhn, wir sind Gott. Wenn es denn was denkt. Und jeden Tag kriegt das Huhn von uns Fütter und hält uns immer nach wie vor für Gott. Und irgendwann schlachten wir es, dann hält es uns nicht mehr für Gott. Sie sind in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ihr Vater war Kirchenmaler. Sie haben schon darüber erzählt. Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zur Kirche bis heute entwickelt? Also gemischt natürlich, klar. Ich bin nach wie vor in der Kirche und ich zahle Kirchensteuer. Also ich hätte ja auch austreten können und dann bräuchte ich diese Steuer nicht mehr zahlen. Ich zahle ziemlich viel Kirchensteuer. Aber ich mache das nicht, weil dann kriege ich Krach und Stress mit meinem Engel. Das ist sicher. Und das ist jetzt auch ein Scherz. Ich bin der Meinung, dass irgendjemand auch dafür sorgen muss, dass diese ganzen Dinge erhalten bleiben. Nicht nur die Gebäude, auch die Kunst. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die Kirche natürlich sehr, sehr vielen Menschen wirklich hilft. Und dass dieser Glaube einfach wichtig ist. Wir Menschen hatten den immer. Ob man jetzt zurückschaut und sich alte Höhlenmalereien anguckt von vor 30.000 Jahren. Es gab immer eine Form von Glauben, die uns irgendwie geholfen hat, das zu überleben, was wir unser Leben nennen. Jetzt gerade eben habe ich ein Interview gemacht in Einsiedel im Kloster mit den Mönchen. Auch zum so allgemeinen Thema. Also jetzt nicht zum Thema Engel nur. Das ist schwierig, mit den Mönchen über Engel zu reden. Sie schätzen die Kirche als Bewahrerin von Kunstschätzen. Ja, aber nicht nur das, sondern auch eben, das habe ich ja auch gerade gesagt, die Kirche als Säule des Glaubens natürlich, die Kirche als unser Rahmen zu Gott, wie auch immer man Gott sehen will, das ist schon wichtig. Ich denke, das ist für uns Menschen wirklich sehr wichtig. Und für mich auch. Die damit verbundenen Lehren? Ja, mit den Lehren, da hapert es bei mir so ein bisschen. Also da bin ich nicht immer so ganz konform mit, ganz sicher nicht. Gibt es etwas, was Sie besonders stört? Nein, es ist einfach so, dass diese, die Kirchengeschichte, die kann man glauben oder nicht. Und man kann es auch für eine Geschichte halten. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Theaterstück, was seit 2000 Jahren aufgeführt wird. Und es gibt Leute, die gehen jedes Wort wörtlich nehmen. Also ich nehme das nicht wörtlich, sowieso nicht. Welche Bedeutung hat das Thema Inquisition für Sie? Ja, das Thema Inquisition, damit meine ich jetzt nicht nur in meiner Kunst, es ist nicht nur das Thema Inquisition der Kirche, also die, die mal stattgefunden hat. Also diese Zeiten, wo eben Hexen verbrannt wurden und Menschen darunter gelitten haben, sondern auch Inquisition im modernen Sinne. Das ist ja das, was auch heute nach wie vor stattfindet. Jetzt nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch in anderen Fragen. Also ich versuche schon, das so ein bisschen abzuhandeln, auch im weitesten Sinne. Aber nett sind diese Bilder natürlich nicht und diese Skulpturen. Weil nett ist Inquisition nun mal nicht. War sie nie? Nie, war sie nie, nein. Mit Ihren Kunstfälschungen, es werden ja Werte bis zu 50 Millionen Euro geschätzt, haben Sie Geschichte geschrieben. Sie haben aber nichts kopiert, sondern im Stil bekannter Meister neue Meisterwerke geschaffen, die auch anerkannte Kunstexperten als authentische Originale eingestuft hatten. Man könnte den Eindruck haben, dass es dabei nicht nur um Technik geht, sondern vor allem um die besondere Fähigkeit, sich in die Innenwelt eines anderen Malers hinein zu versetzen, seine Gedanken, Eigenarten gewissermaßen nachzuempfinden. Wie war das wirklich? Genau so. Es geht immer erst mal um die Handschrift, die Handschrift des Malers, des Künstlers. Die zu erkennen, das ist schon bei mir ein genetischer Defekt, dass ich die so aufnehmen kann und wiedergeben kann. Das ist ja so. Ich habe ja weit über 100 verschiedene Maler gemacht aus vier, fünf Jahrhunderten. Und das ist ein Riesenspektrum. Entscheidend ist natürlich auch, dass man sich in die Zeit einfinden kann. Dass man weiß, was die gegessen haben, wie die gelebt haben, wie die gestorben sind, was die angetrieben hat. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, umso interessanter wird es auch. Und umso näher kommt man denen. Man wird dann irgendwann natürlich zu einer gespaltenen Person, weil man so viele ist. Wenn man das nicht kann, sich in die Zeit versetzen, dann kann man auch nicht nachvollziehen, warum haben die das oder dieses gemalt und warum haben sie es so oder so gemacht. Es gab immer bestimmte Epochen, wo bestimmte Dinge gemalt wurden und auch bestimmte Art von Malerei unterrichtet wurde. Jede Epoche und jede Gegend sogar, verschiedene Städte, hatten ihre Schulen, ihre Ateliers und haben das dann so oder so oder so unterrichtet. Aber es war irgendwo immer gleich in bestimmten Zeiten. Und dann auch die Materialien, das muss man natürlich alles wissen. Das ist schon sehr komplex. Also als Fälscher muss man schon, man muss schon auch Naturwissenschaftler sein und Kunsthistoriker, Restaurator und Maler. Also das ist schon mal das Mindeste. Und dann muss man natürlich auch noch das können. Und man muss auch kreativ sein. Das ist ja das, was mir viele absprechen. Ja, der hat ja Bilder gemacht. Aber es ist ja so, dass keine Kunst aus sich so entsteht, sondern immer darauf aufbaut, was es vorher gab. Jeder, der heute ein Bild malt, der hat diese 2000 Jahre Kunstgeschichte hinter sich. Nur die wenigsten wissen da was von, leider. Und um wirklich Kunst zu machen und wirklich kreativ Kunst zu machen, muss man schon A, was können. Also ein Vermögen haben, das sage ich immer, das ist wichtig, dieses Vermögen, dass man sagt, ich will das oder das machen und muss es auch können. Und man muss das Wissen haben. Das Wissen in dem Fall auch, das kunstgeschichtliche Wissen. Und dann vielleicht eben noch dieses unterbewusste Feeling. Und das mache ich ja sowieso, dass man sich in die Zeit versetzt, in die Problematik. Dieses Feeling erscheint mir aber als das Wesentliche. Ja. Man kann ja recherchieren, Literaturstudium betreiben, aber das Wesentliche fehlt immer. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich auch nachts in diese Zeiten reise in meine Bilder. Und meine Frau, die weckt mich dann oft, weil meine Frau, die erlebt das ja dann auch. Ich bewege mich viel und rede dann auch viel. Und ich schlafe ja nicht tief, sondern bewege mich in diesen Träumen. Und was mich eigentlich immer am meisten annervt, ist oft der Geruch. Das stinkt oft sehr. Was ich also überhaupt gar nicht mehr vertragen kann, ist der Geruch von Grütze. Und das ist irgendwie diese ganze Zeit. Grütze, ich kann das nicht mehr riechen, wirklich nicht. Oder auch Scheiße. Wenn man jetzt in Paris im 18. Jahrhundert rumrennt, das stinkt ganz schön nach Scheiße. Das sind dann auch richtige Zeitreisen. Ja, ja, klar. Ich bewege mich einfach in meinen Träumen. Und es ist, ich rieche es, ich höre es, ich sehe es. Und ich weiß auch bewusst, dass ich träume, aber dass ich eben unterwegs bin. Das ist so selten gar nicht. Doch recht viele Menschen können das, glaube ich jedenfalls. So einige. Also die Psychoanalytiker sagen mir immer doch, das gibt es schon einige. Wie hat das alles begonnen? Wie hat die erste Zeitreise stattgefunden? Haben Sie das schon als Kind erlebt? Ja. Ja, ich erzähle noch mal diese kurze Geschichte. Also begonnen hat es mit zehn, als ich in den Niederlanden war, bei meinen Verwandten. Mein Großvater kam aus Keveningen, der war Müller. Und dann musste ich mit den Tanten immer dann unterwegs sein. Und da waren wir im Museum im Mauritiushaus. Und da habe ich erstmalig ein Winterbild von Henrik Aberkamp gesehen. Und das hat mich total fasziniert. Und da habe ich dann davor gestanden und das hat mich so quasi aufgesogen. Ich war auch vorher nie im Museum gewesen. Und dann habe ich das so gesehen, die Kinder auf dem Eis und Gerochen, den Rauch von den Schornsteinen, die Raben habe ich gehört, die Hunde, dieses von den Schlittschuhen. Also es war wie, als ob es plötzlich lebendig wurde, das Bild. Und dann habe ich gedacht, ah ja, deshalb gehen wir da immer alle ins Museum, weil das so spannend ist. Das macht Spaß. Jeder erlebt das so. Ja, jeder. Das war jetzt nicht so, aber ich wusste es nicht. Und ich habe es dann immer wieder mal genossen. Ich habe es auch meinen Eltern gar nicht erzählt. Also ich dachte, die kennen das. Mein Vater, der malte immer Kopien von alten Meistern. Und dann dachte ich, der kennt das. Deshalb macht er das. Das sich hineinversetzen in solche Welten, gibt es da für Sie einen Unterschied zum Erleben des Hier und Jetzt in der Qualität, in der Intensität? Ja, ich denke, mein Leben war schon sehr intensiv, auch das Tagsüberleben. Und ich habe ja, in meinem 60. Geburtstag habe ich ja im Knast gefeiert, in der U-Haft. Aber vorher hatte ich schon bis dahin ein sehr, sehr intensives und sehr, sehr interessantes Leben. Das muss man sagen. Und dann kamen ja die Nächte noch dazu. Seitdem hat sich das ein bisschen verlagert. Da sind manchmal die Nächte interessanter, also meine Träume, als der Tag über. Aber es ist immer noch toll. Ich mache viel, ich habe viel Spaß von meiner Familie, auch mit Kindern und so. Aber vielleicht hängt es am Alter werden. Vielleicht hängt es am Alter werden, dass man immer mehr so in diese andere Richtung geht. Also bei mir. Dass die Träume häufiger sind, dass ich sie weniger oder weniger abschütteln kann. Dass ich manchmal so, wenn ich vor einem Bild sitze, tauche ich ein, auch hier im Atelier. Meine Frau kennt das schon. Dann sitze ich eine Stunde vor dem Bild und bewege mich gar nicht mehr, mache nichts und bin einfach weg. Und ja, das kennt die. Das ist halt so. Hat diese Fähigkeit, die Gedanken, die Befindlichkeiten anderer Menschen zu erspüren, auch andere Aspekte für das tägliche Leben? Ja, natürlich, hatte das auch schon immer. Also ich spüre ja auch so die Eigenarten der Menschen, die vor mir sitzen. Und ich spüre auch, wenn ich mich darauf konzentriere, sehr gut, was die denken. Ich sage meinen Leuten immer, die sich mir nähern, sage ich immer, komm nicht zu nah ran, dann wird es vielleicht unangenehm. Ich möchte das ja gar nicht wissen, aber dann kann ich es irgendwie nicht mehr vermeiden. Wieso wird das dann für andere unangenehm? Ja, wenn ich dann weiß schon, was der denkt und was der so im Sinn hat, das ist dann schwierig. In der Familie ist das anders. Meine Tochter zum Beispiel, die sitzt dann schon mal vor mir, wenn sie aus London kommt und ich schaue sie an. Und dann sagt ihr, Papa, lass das. Aber ich tue es auch nicht in der Familie. Und meine Frau wird sich auch von mir nie hypnotisieren lassen oder nicht mal eine Suggestion. Also sie lehnt das total ab. Ich kann das auch verstehen. Würde ich vielleicht auch nicht tun. Diese Hypnosebegabung hat auch mit dem Gefängnisaufenthalt zu tun. Ja, ja, das hat auch damit zu tun. Aber das hatte ich auch natürlich schon früher. Also es ist irgendwie aus mir gekommen. Weil ich bin das, was man Somnambyl nennt. Also ich bin immer geschlafwandelt in der Kindheit. Dazu muss man wissen, ich bin im Wald aufgewachsen, am Waldrand. Und habe mit sechs Jahren das erste Mal ein Automobil gesehen. Im Deutoburger Wald, in einem ganz kleinen Dorf. Ich war also ziemlich weg von der Welt. Und ich kannte nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur geguckt immer. Und nur meine Mutter, meine Schwestern und so. Und da bin ich auch nicht geschlafwandelt. Das war der Tag für mich so. Irgendwie wie so ein Schlafwandel. Ich habe auch die ersten Jahre nicht gesprochen. Also ich habe das ein wenig gebraucht. Und dann, als ich dann mit sieben Jahren in die normale Umgebung kam, nach Deutschland, in den Selfkant, in so eine Aussiedlersiedlung kam. Weil unser Haus war zerbombt. Wir hatten nichts mehr. Da wurde ich dann konfrontiert mit dem normalen Leben. Also die anderen Jungs, die haben mich dann natürlich verprügelt. Erstmal immer. Da ist immer Stress. Und da habe ich angefangen zu schlafwandeln. Und zwar jene Nacht. Da waren auch intensive Erlebnisse damit verbunden. Ja, ja. Das war dann aber auch nicht immer so schön. Und ich konnte dann auch nichts machen. Meine Eltern haben mich immer eingesperrt. Aber daraus ist das eigentlich entstanden, dass ich dann für mich entdeckt habe, dass ich eben auch diese Fähigkeit habe. Und wieso war das im Gefängnis von besonderer Bedeutung? Ja, im Gefängnis war es so, dass ich die Leute gezeichnet habe. Immer abends. Im Umschluss. Und dann war das gut. Dann konnte ich die beruhigen. Ich konnte so ein bisschen Einfluss darauf nehmen, dass sie wieder sich beruhigten. Dass sie ihren Stress und ihren Hass ablegen. Die sind wie Bomben. Die sind wirklich unglaublich angespannt viele. Wie kann man sich das vorstellen? Sie sind da mit einem Zweiten gemeinsam in einer Zelle? Ja. Man sitzt zu zweit in der Zelle, wird eingeschlossen mit seinem Besuch. Und dann erst nach zweieinhalb Stunden machen die wieder auf. Man hat da also jemanden sitzen. Der Besuch ist ein Knastbother. Ja. Man kann sich das auch als einen Tiger vorstellen, den man dann nicht unbedingt im Griff hat. Also das sind schon Leute, die sind ja auch Mörder und Totschläger. Und ich habe auch mit allen Kontakt gepflegt. Ich habe da keine Unterschiede gemacht. Und letztlich muss man den Menschen dann erstmal ein bisschen beruhigen. Und wenn man den zeichnen will sowieso. Sonst bleibt er ja nicht eine Minute ruhig sitzen. Und da habe ich das dann auch gemacht. Das war dann eine Suggestion halt. Und da habe ich das eigentlich ein bisschen perfektioniert in diesen 14 Monaten. Es wird Ihnen nachgesagt, dass Sie es auch schon mal erahnt haben, dass jemand sterben wird. Ja, ja. Haben Sie wirklich solche Erfahrungen gemacht? Ja, ja. Also das vermeide ich möglichst. Wirklich. Das ist eine Sache, die ich wirklich versuche zu vermeiden. Weil das ist schrecklich. Ich habe das schon oft erlebt und ich rede da dann auch nicht mit den Leuten darüber. Ich habe zum Beispiel meinen Verkäufer, den ich 1983 rekrutiert habe für mein Fälschungsgeschäft damals. Den habe ich kennengelernt und ich habe den ja gesucht. Ich brauchte so jemanden. Und dann habe ich mir den angeguckt und überlegt, weil das sollte ja auch lange laufen, das Geschäft. Das lief ja da auch schon zehn Jahre. Und dann habe ich ihn mir angeguckt, auch daraufhin, wie alt er denn wird. Und da habe ich gesehen, 72. Da habe ich das mal hochgerechnet und gesagt, das reicht. Länger will ich das sicher nicht machen. Hört sich jetzt makaber an, aber ist so. Der ist dann auch gestorben, der arme Kerl. Aber ich habe es manchmal, oder was auch so eine Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel in Deutschland an einem Straßencafé sitze, ist das anders, als wenn ich an einem Straßencafé in Zürich sitze. Dann kriege ich so viele negative Inputs von den vorbeigehenden Leuten. Also, dass es denen nicht gut geht, dass die krank sind, dass die schlecht drauf sind. Das ist so deprimierend, dass ich das gar nicht lange aushalte. Früher habe ich immer gerne an solchen Cafés gesessen, das mache ich ja gar nicht mehr. Wenn ich in Zürich im Café sitze, ist das anders. Oder in Südfrankreich auch. Das ist seltsam. Aber es ist so. Und da muss man mit leben. Oder ich habe auch solche Geschichten, dass ich zum Beispiel weiß, dass jemand krank ist oder dass er was nicht machen sollte. Das hatte ich auch als Junge schon. Also in unserer Siedlung, in unserer Clique, haben die mich immer alle gefragt, schon als ich so 13, 14, 15 war, soll man das machen oder nicht? Was denkst du? Das hat sich dann so mit den Jahren natürlich, es hat sich so ein kleiner Mythos entwickelt, zwangsläufig, der aber eigentlich mehr daraus erstanden ist, dass die ja sowieso immer Scheiße gebaut haben und dass es immer schief ging. Und wenn man dann sagte, ja, pass auf, mach es nicht, das geht schief. Dann haben die nachher gesagt, ja, der Wolfgang hat gesagt, das geht schief. Siehste, der wusste das. Das ist ja oft so bei solchen Dingen. Was ich allerdings wusste, immer schon damals und was auch sich da bewahrheitet hat, dass die alle ganz früh gestorben sind. Also mein ältester Jugendfreund, der ist 28 geworden. Wir waren so zehn. Von den zehn ist er der Älteste geworden mit 28. Alle anderen sind sogar schon vorher gestorben. Das war mir immer klar, dass sich die alle überleben. Aber es war eine traurige Geschichte. Aber es war dann auch, abzusichern, es war Krankheit, Drogen, Gewalt, von allem was. Es war eine üble Umgebung und eine schlechte Mischung. Und die Zeit war auch nicht gut. Wie kamen Sie ursprünglich auf die Idee, Bilder zu fälschen? Wie hat das begonnen? Es hat damit begonnen, ich habe angefangen, alte Bilder zu kaufen und auch zu restaurieren. Schon früh, weil ich das ja von meinem Vater gelernt hatte. Und dann stellte sich heraus, dass bestimmte Bilder, also zum Beispiel diese Bilder im Schnee mit Schlittschuhläufern. Eine schöne Landschaft ohne Schlittschuhläufer, die kostet also wesentlich weniger als eine mit Schlittschuhläufern. Also wenn ein Mensch zu sehen ist. Ein Pesage-Anime war immer viel teurer. Und dann sagten die Händler das auch. Ja, wenn da jetzt Schlittschuhläufer drauf wären, dann, ja, habe ich gedacht, verdammt. Dann habe ich halt mal ein paar Schlittschuhläufer reingemalt. Und das ging gut. Da fing es eigentlich so mit an. Das waren dann so Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Aber man konnte jetzt natürlich keine Schlittschuhläufer reinmalen, die jetzt so toll gemalt waren. Das musste ja zu dem Bild passen. Das war also alles nicht so super. Dann sagten die irgendwann, ja, aber die sind ja nicht so toll. Irgendwann hatte ich es dann wirklich dicke. Da habe ich mir überlegt, mal doch das ganze Bild. Ist doch viel einfacher. Dann kannst du es auch besser machen. Das war so eine der ersten Ideen. Schon früh, sehr früh schon. Im Jahr 2011 sind Sie in einem der größten Kunstfälscherprozesse seit dem Zweiten Weltkrieg verurteilt worden, wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Urkundenfälschung? Ja, ich bin wegen der Urkundfälschung verantwortet. Nicht wegen der Gemälde. Die waren ja Originale. Die waren keine Fälschungen. Das ist so komisch, dass es sich anhört. Aber die Gemälde sind keine Fälschungen. Nur die Unterschriften. Abgesehen von den strafrechtlichen Konsequenzen, die Sie tragen mussten, könnte man vermuten, dass Sie mit Ihren etwa 300 Originalen die Kunstszene doch auch sehr, sagen wir mal, belebt haben. Was überwiegt im Rückblick? Eher das Schmunzeln oder das Bedauern? Ja, natürlich ein Schmunzeln. Also Bedauern ganz sicher nicht. Den kriminellen Akt, also diese Urkundenfälschung, das bedauere ich natürlich. Da ist man auch irgendwie, Sie müssen sich vorstellen, man macht das ja nicht sofort, mit 18 oder 19. Ich habe erstmal überhaupt keine Bilder signiert. Und irgendwann signiert man mal eins. Und dann mal noch eins. Nach 20 Jahren wird es zur Gewohnheit. Und nach 40 Jahren wird man dann geschnappt. Aber es ist einfach, man denkt sich da nichts mehr bei. Jedenfalls nicht so. Die Bilder, das sind ja alles meine Bilder. Das ist klar. Sie mussten auch Zeit im Gefängnis verbringen. Aber noch während dieser Zeit, im Jahr 2014, hat Dreisat eine mit Fernsehpreisen gewürdigte Doku-Reihe gestartet. Der Meisterfälscher in zwei Staffeln. Drei sogar. Drei Staffeln. In 15 Filmen. Porträtierten Sie zahlreiche Persönlichkeiten von Christoph Waltz bis Otto Walkes im Stil alter Meister. Hier die Verurteilung, dort das gewissermaßen öffentliche Bekenntnis, dass der Beltracchi doch eigentlich ein willkommener Robin Hood ist, der fasziniert und glücklich macht. Haben Sie selbst das als Zwiespalt erlebt, als eine Art Scheinheiligkeit der Gesellschaft? Ich habe als Scheinheiligkeit der Kunstgesellschaft teilweise ja, als Scheinheiligkeit im normalen Volk nicht. Ich sage immer, das Volk liebt mich. Auf jeden Fall. Ich das Volk auch. Ich liebe eben meine Mitmenschen. Aber diese Kunstmafia, diese Kunstmenschen, diese künstlichen Menschen, die hassen mich natürlich, weil ich denen auch wirklich einen Spiegel vorgehalten habe. Weil ich diesen ganzen Experten auf der ganzen Welt, denen habe ich ja nur eins bewiesen, dass sie keine Experten sind. Und das ist natürlich schmerzlich. So was. Ja. Ich streite natürlich auch nicht ab, dass ich da Geld mitverdient habe und zwar recht viel. Das war noch so ein Nebeneffekt. Da werde ich mich natürlich nicht drüber schämen. Sowieso nicht. Aber man muss sich diesen Kunstmarkt doch mal anschauen, was da für Geschäfte laufen. Und diese Menschen, die da auftreten, wie Bankiers und Saubermänner und so moralisch, das sind die, die am lautesten jetzt schreien und mich verurteilen und moralisieren. Und selber sind es nicht alle, aber viele doch sehr, sehr unmoralisch mit ihren Geschäften. Das ist nun mal so. Hat sich das Verhältnis zur Szene irgendwie entspannt in letzter Zeit? Nein, das wird sich niemals entspannen. Die Leute, die entspannen sich erst, wenn sie tot sind und dann ist die Situation eine andere. Vorher nicht. Sie müssen auch mal eins sehen. Gerade da gilt ja eine große Eitelkeit. Alle wollen veröffentlicht werden. Alle wollen mal diese ganzen Kunsthistoriker und die alle meinen, sie wüssten was, dabei schreiben die nur was ab, was andere schon geschrieben haben und da hängt noch was dran. Es ist alles nur gruselig. Und die ärgern sich dann natürlich, wenn meine Bücher Bestseller werden und Filme gemacht werden und was ich alles. Und das Allerschlimmste, was noch dazu kommt, dass ich auch noch malen kann und dass meine Bilder auch noch teuer sind. Da kommen die gar nicht mit klar. Ja. Also das ist, wo sie sich am meisten drüber ärgern natürlich, weil den Leuten geht es natürlich immer ums Geld. Und ich meine, ich habe auch viel Geld verdient, aber mir ging es nie ums Geld. Weil ich habe immer nur Bilder gemalt, wenn ich gerade mal wieder was brauchte. Ich hätte auch 2000 Bilder malen können. Das habe ich schon mal gesagt. Die hätte ich auch verkauft. Der Markt hat danach gelächzt. Also es war leicht? Ja. Ja gut, leicht ist es nie. Aber die waren einfach so gut. Und das Geld. Es geht nicht wirklich um die Kunst, sondern ums Geld. Also im Markt geht es immer ums Geld. Das ist ein normaler Markt, wie jeder andere auch. Denen geht es ums Geld sowieso. Ein Kunsthändler, der sagt zu seinem Kollegen, da habe ich jetzt ein Bild gekauft für 100 Mark und habe es für 1000 verkauft und mit diesen Lumpen 10 Prozent muss ich leben. So muss man sich das vorstellen. Genau so. Die Zeit im Gefängnis, hat sich die verändert? Menschlich, künstlerisch, spirituell? Ich denke, die Zeit im Gefängnis verändert jeden, außer vielleicht Berufskriminelle, die immer mal wieder im Gefängnis sind. Das ist für die nur so eine Station, die haken die so ab. Aber meine Frau und ich, also uns hat das schon verändert. Auf der einen Seite war es sehr schwierig und auch extrem gefährlich und unangenehm. Auf der anderen Seite schöpft man ja auch daraus Erfahrungen. Und die möchte ich eigentlich heute auch gar nicht missen. Da bin ich eigentlich ganz, ja, da bin ich ganz froh darüber, dass ich die habe. Obwohl ich nie mehr ins Gefängnis möchte. Haben Sie da eine neue Qualität von Extremen im Gefängnis erlebt, die Sie bisher noch nicht kennengelernt haben? Also, sagen wir mal so, ich habe natürlich in meinem Leben diese ganzen Extreme kennengelernt. Und das kannte ich schon. Deshalb bin ich auch ziemlich gut klargekommen da. Aber ein Extrem kannte ich nicht, nicht in der Form. Und das war die Bösartigkeit von Menschen, so geballte böse Menschen, so viele, und die wirklich böse sind. Also, das habe ich so nie vorher kennengelernt. Das gibt es da schon. Die brauchen auch keinen Grund. Die sind so. Und mir muss auch keiner was erzählen von, ja, diese armen Leute, die sind dazu geworden, weil sie mal irgendwie den oder den Stress hatten in ihrer Kindheit oder was weiß ich. Also, ich sage Ihnen, es gibt solche Menschen, die sind einfach böse. Und das fühlt man auch sofort. Also, ich habe das sofort gefühlt. Schlimm. Ganz schlimm. Sie leben jetzt seit einigen Jahren in der Schweiz. Drei Jahre. Seit drei Jahren in der Schweiz. Was hat Sie hierher verschlagen? Also, es gibt eigentlich einen ganz simplen Grund, warum wir in der Schweiz sind. Wir wollten aus Frankreich weg, weil uns dieser Rechtsruck da nicht mehr lebbar war, wie bei der Front National. Und dann haben wir überlegt, wo kann man hingehen, aber wo geht man hin, wo landen alle letztlich dann in der Schweiz? Die einzige direkte Demokratie, die es noch gibt hier, das ist die Schweiz. Das muss man sagen. Und nach Deutschland würde ich nie mehr zurückgehen. Auf gar keinen Fall. Warum in erster Linie? Ja, weil es für mich keine Demokratie ist und weil meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, mich darin bestätigen. Bestätigt haben und meine Frau auch. Wir möchten da auf gar keinen Fall mehr leben. Sie arbeiten hier in einem wunderschönen Atelier. Gibt es, abgesehen von der Ausstellung zum Thema Engel und Inquisition, andere künstlerische Projekte, die Sie momentan beschäftigen? Ja, es gibt mehrere Dinge. Wir haben zwei Bücher, die wir noch zu Ende schreiben im Moment. Eins ist schon ganz alt. Das haben wir früher schon angefangen, vor 24 Jahren. Immer auf Reisen, weil wir uns manchmal gelangweilt haben. Das steht jetzt im Raum dieses Jahr. Mein Frau arbeitet gerade daran, das zu bearbeiten. Dann gibt es eine Doku-Serie, an der ich arbeite, die gemacht werden soll. Das heißt Academia Veltracchi. Das ist eine Geschichte, wo ich mit Leuten an Orte fahre, wo Kunst entstanden ist und denen erkläre, wie und warum. Und die machen dann auch was, also künstlerisch betätigen die sich. Das ist also so edukativ, aber auch spannend, so sozialkritisch auch, weil es Menschen sind aus verschiedenen Bevölkerungsschichten und so, mit denen dann so eine Art Roadmovie macht. Also da arbeiten wir dran. Dann kommt noch Hollywood-Film, da arbeiten wir auch dran. Das ist ja schon ziemlich präsent. Also ich denke, nächstes Jahr geht es vielleicht los dann. Sowas dauert lang. Ja, und dann habe ich noch ein Projekt, wo ich eben versuche, etwas zu machen, was mich immer schon bewegt, eben ein zweidimensionales Bild in die dritte Dimension, also in die räumliche zu bringen und in die vierte in die Zeit. Das heißt, ich nehme einen Protagonisten und bringe den an einen bestimmten Punkt in der Zeit, in ein bestimmtes Bild, in eine bestimmte Szene, die er dann in dieser Zeit erleben soll, so wie ich das in meinen Träumen mache. Eine echte Zeitreise. Das ist auch ein Projekt. Ja, das ist ja eine echte Zeitreise. Da arbeite ich jetzt schon über ein Jahr dran. Das werden wir dann sehen, ob es funktioniert. Sie sind ein angstfreier Mensch. Angst vor dem Tod im herkömmlichen Sinn kennen Sie nicht. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zur Vergänglichkeit? Also meine Beziehung zur Vergänglichkeit ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube nicht an Vergänglichkeit. Ich glaube, dass nichts verloren geht. Ich bin unser Körper natürlich, das ist klar. Aber rein geistig glaube ich nicht, dass irgendwas verloren geht. Dass alles immer noch da ist und zwar immer, jederzeit. Und dass die Zeit sowieso, so wie wir uns die denken und uns zusammengestrickt haben, ich denke, dass es die sowieso so in der Form gar nicht gibt. Ich meine, schau aus dem Fenster nach, du siehst einen Stern, der vor hunderttausend Lichtjahren verglüht ist. Also was heißt das, diese Zeit hier, die paar Jährchen? Nichts. Deshalb habe ich auch keine Angst vor dem Tod, weil ich bin sicher, dass wir in irgendeiner Form sowieso bestehen oder bleiben. Nicht in der Form von Wiedergeburt oder sowas. Also das glaube ich überhaupt, sowas glaube ich alles gar nicht. Ich denke einfach, dass wir in so einer Art Parallelwelt ständig leben, dass es alles immer wieder gibt oder immer noch gibt. So ein bisschen wie die Aborigines das sehen in ihrer Traumzeit. Ich habe oft das Gefühl, dass ich irgendwo sitze und denke, ja, das ist eigentlich jetzt nicht jetzt, sondern es ist was anderes. Das ist schon real. Oder? Dass wir jetzt hier miteinander sprechen, ich glaube nicht. Nicht so sehr real. Habe ich nicht so den Eindruck. Hilfe. Nein. Deine Geigen. ų